Liebe Steiner Bürgerinnen und Bürger, mit der Bekanntgabe der Ausgangsbeschränkung durch die bayerische Staatsregierung haben sich weitere Veränderungen in unserem täglichen Leben ergeben. Ich halte diese Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt für notwendig und richtig. Schließlich geht es um unsere Gesundheit und dass das Virus sich nicht weiter bei uns in der Gesellschaft verbreiten wird. Neben der Einschränkung des täglichen Lebens gibt es aber auch positive Nachrichten in unserer Stadt zu vermelden. So hat sich in den sozialen Medien eine Nachbarschaftshilfe Stein gegründet, um älteren Menschen, Bürgern, die einer Risikogruppe unterlegen oder Menschen, die sich derzeit in freiwilliger Quarantäne befinden, Hilfe zukommen zu lassen. Dies finde ich toll, wie hilfsbereit Bürger in unserer Stadt sind und sich ehrenamtlich auch mit engagieren. Dies wollen wir auch von Seiten der Stadt Stein unterstützen. Denn auch bei uns haben sich schon einige Mitbürger gemeldet, die ehrenamtlich für andere einkaufen gehen, Medikamente aus der Apotheke holen oder einfach den Hund Gassi führen wollen. Aus diesem Grund haben wir von Seiten der Stadt Stein ein Hilfetelefon eingerichtet, das ab Montag, 30. März dann auch besetzt ist. Wenn Sie also Hilfe brauchen, dann wenden Sie sich an die Stadt Stein. Unsere Mitarbeiter nehmen ihr Anliegen auf und leiten es dann an einen der vielen Helfer weiter, der sich dann mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen wird. Das Hilfetelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 6801 und viermal die 5 bereits dann besetzt. Sie können aber auch gern ein E-Mail unter der E-Mail-Adresse helferhotline.stadt-stein.de schreiben und wir helfen Ihnen dann gerne weiter. Es gibt noch ein weiteres positives Zeichen zu setzen, was wir in der Stadt Stein haben. Eine Mitbürgerin hat sich an uns gewandt, um einen Gabenzaun in Stein zu errichten. Dieser Gabenzaun soll die Menschen unterstützen, die derzeit von der Steinertafel nicht versorgt werden können. Diese Menschen trifft es derzeit auch sehr schwer und deshalb wollen wir diese Idee auch umsetzen. Ich finde diese Idee eben super und habe sofort Kontakt mit unseren Steiner Kirchengemeinden aufgenommen und mit ihnen die Einzelheiten besprochen und von dort habe ich auch positive Signale und Unterstützung erhalten. Was heißt ein Gabenzaun in Stein? Wir werden am Pfarramt Martin Luther in Stein und an der Bau Gerhardkirche in Deudenbach einen Gabenzaun aufstellen, an dem Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, Sachen des täglichen Gebrauchs und des täglichen Lebens in durchsichtigen Plastiktüten an den Gabenzaun hängen können. Und was können Sie dort hinhängen? Dies wären zum einen Artikel für die Körperpflege oder Hygiene. Es sind aber auch haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Mehl, Zucker oder auch Gemüse oder Obstkonserven oder auch Babyartikel. Bitte hängen Sie keine verderblichen Lebensmittel daran, denn schließlich wollen wir die Gesundheit aller Bürger erhalten. Der Gabenzaun steht ab Freitag, 27. März, an den beiden Plätzen dem Pfarramt Martin Luther und an der Kirche Bau Gerhardt zum Bestücken für Sie bereit. Ein anderes Thema möchte ich noch an dieser Stelle mit anbringen und auch ansprechen. Es betrifft den Brandschutz in unserer Stadt. Unsere fünf Feuerwehren, unsere freiwilligen Feuerwehren der Stadt Stein haben sich auf die aktuelle Situation auch eingestellt und einen geänderten Einsatzplan für sich erarbeitet. Somit kann ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass für niemanden eine Sorge sein muss in der Stadt Stein, denn der Brandschutz ist gewährleistet. Unsere 150 ehrenamtlichen Einsatzkräfte stehen Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Sicherheitsfragen auch gewährt bei Fuß und sind einsatzbereit. An dieser Stelle sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an unsere ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte. Und eines darf nicht vergessen werden, liebe Steiner Bürgerinnen und Bürger. Zahlreiche Steiner Unternehmen, wie auch Gäststätten und Restaurants, haben in dieser Zeit geöffnet und bieten bestimmte Serviceleistungen, aber auch Lieferservice an. Nähere Informationen dazu, welches Geschäft geöffnet hat, welches Restaurant Speisen auch zum Mitnehmen bereitstellt, erhalten Sie auf unserer Internetseite der Stadt Stein unter der Rubrik Corona und auch unter aktuelles. Stärken Sie unseren Steiner Einzelhandel und unsere Gastronomie. Kaufen Sie vor Ort, kaufen Sie lokal, denn es gibt auch eine Zeit nach der Krise und da sind wir froh, wenn wir einen starken Einzelhandel bei uns in der Stadt Stein haben. Und zu guter Letzt noch mein eindringlicher Appell an Sie, liebe Steiner Bürgerinnen und Bürger, halten Sie sich an die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung und beachten Sie die Vorgaben zu den Ausgangsbeschränkungen auch bei diesem schönen Wetter, auch wenn es für Sie schwer fällt. Halten Sie beim Spaziergehen mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander und befolgen Sie auch die Absperrungen an unseren Spielplätzen, trotz des schönen Wetters. Uns ist das nicht leicht gefallen, diese Maßnahmen zu treffen, aber es ist hilfreich und es dient dem Schutz und Ihrer Gesundheit. In diesem Sinne danke ich Ihnen mit dem Motto für diese Zeit Stein hält zusammen und bleiben Sie gesund. Alles Gute.